Guten Tag, liebe Eisenbahnfreunde, herzlich willkommen zu Ortlaufs Wort zum Monat. Es ist das letzte in diesem Jahr. Beginnen wollen wir mit dem 2. Dezember. Sie wissen, das ist der internationale Tag der Modelleisenbahn. Auch ich bin da unterwegs und zwar an diesem Wochenende 2. und 3. Dezember im Häuslerzentrum in Stuttgart-Veyingen. Da bin ich mit vielen Blecheisenbahnfreunden auf einer Ausstellung mit dem Thema Alte Blechbahnen im Betrieb. Es lohnt sich wirklich. Naja, und richtig arbeiten muss ich auch noch. In der zweiten Woche bin ich im Erzgebirge und in Berlin. Da stehen nämlich die Moderationen an für den Video Express 149 und für Modellbahn TV Spezial Nr. 8. Und dann wünsche ich Ihnen besinnliche Adventstage, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und natürlich alles Gute für das Jahr 2018. Das war es von dieser Stelle aus. Machen Sie es gut. Bis denn. Und Tschüss.